Gut, lass uns dann vielleicht gleich überleiten zu einem anderen Thema, das mich sehr wütend gemacht hat in den letzten Tagen. Es geht natürlich um die Situation Klaus Vogt, Thomas Hitzisberger, die jetzt aufkocht, die aber glaube ich wenig überraschend ist, weil hinter vorgehaltener Hand das Thema eigentlich schon lange diskutiert wird und immer mal wieder wird einem da eine Information, ich möchte mal sagen zugesteckt, man weiß nicht so richtig, wie man das werten soll, man weiß natürlich auch nicht, welches Interesse verfolgen oder welche Interessen verfolgen diejenigen, die dir diese Informationen schicken, muss man natürlich immer vorsichtig sein mit sowas und man muss auch grundsätzlich sagen, Sebastian, dass wir hier zwei unterschiedliche Problemfelder haben. Einmal die Presse, die sich benutzen lässt für interne Grabenkämpfe und auf der anderen Seite tatsächlich stattfindendes Problem, sage ich jetzt mal, zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzisberger, zwischen Klaus Vogt und Teilen im Vereinsbeirat, zwischen Klaus Vogt und Teile des Aufsichtsrats, zwischen Klaus Vogt und Teile des Vorstands, des Präsidiums. Also Klaus Vogt hat da schon ein paar Gegner, möchte ich mal so sagen und das liegt nicht daran, dass Klaus Vogt irgendwie ein großes Arschloch ist oder so, sondern das liegt eher daran, dass da einige Leute Interesse daran haben, den Zustand, vor allem aus der Dietrich-Zeit, zu wahren und da zählt übrigens nicht, aus meiner Sicht, nicht Thomas Hitzisberger dazu, aber wir dröseln das vielleicht gleich dann noch genauer auf. Ich wollte es nur vorwegnehmen, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ja, aber es ist für Klaus Vogt aktuell nicht besonders leicht, eine gute Figur zu machen nach außen hin und ja, ich weiß nicht, wie du siehst, die aktuelle Situation. Ja, total schwierig, also wir dachten ja, also zumindest ich dachte bis vor ein paar Wochen, es wäre da alles irgendwie gut. Wir haben den beliebtesten Präsidenten seit langer Zeit, wir haben einen Vorstandsvorsitzenden, der sehr populär ist. Die Mannschaft spielt gut und es schien ja alles irgendwie ganz wunderbar und es war ja fast zu schön, um wahr zu sein und jetzt stellt man fest, okay, das ist auch nicht wahr, sondern intern, da gärts und da knarzt es und da knirscht es und ja und im Brennpunkt dieser ganzen Diskussion scheint tatsächlich Klaus Vogt zu stehen. Und jetzt hat man so ein paar Sachen gehört, so wie er auftritt, das gefällt nicht und dieses gefällt nicht und das gefällt nicht. Und was ich halt so gar nicht einschätzen kann, tritt er wirklich so auf, wie es ihm nicht zusteht oder tritt er genauso auf, wie es ihm zusteht als Vertreter des EVs, der ja nun mal 88 Prozent Anteilseigner der AG ist. Natürlich hat er im Aufsichtsrat auch nur eine Stimme, trotz der Anteilsmehrheit, aber ja, ich glaube, dass im Aufsichtsrat dann zum Beispiel auch manche Leute einfach gar nicht gewohnt sind, dass man da noch diskutiert, weil wir haben ja auch gehört, alle Entscheidungen wurden in den letzten Jahren immer einstimmig getroffen. Ob sie jetzt einstimmig getroffen oder als einstimmig protokolliert, ob sie jetzt so getroffen wurden oder nicht, war egal, das war alles immer einstimmig und das ist jetzt halt nicht mehr so. Und vielleicht ist dem Aufsichtsrat dann auch so ein bisschen die Diskussionskultur verloren gegangen, aber das kann ich natürlich nicht einschätzen, also, aber ich glaube fast, dass, ja, diese Bereitschaft zur Diskussion und dass es da mal ein bisschen knarzt, die gibt es vielleicht in der Mercedes-Straße gar nicht mehr. Jetzt kommt ein neuer Präsident und der fordert die ein und dann fühlen sich alle gleich irgendwie auf den Fuß getreten. Von außen betrachtet ist das aus meiner Sicht ein riesiger Kindergarten. Also, du siehst halt Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger, die da vielleicht auch von dem einen oder anderen benutzt werden, um irgendwelche Kämpfe auszutragen und man denkt sich die ganze Zeit, das sind doch erwachsene Männer. Setzt euch doch an einen Tisch, besprecht das und versucht das Ganze intern zu lösen und dann auch zu halten. Dass da ständig was nach außen bringt, ist doch zum Kotzen. Und hier muss man ganz eindeutig einen Namen nennen, das ist Oliver Schraft, der natürlich nichts mehr macht für den Verein, alles. Komm, sind wir doch ehrlich, das was wir hören, Bullshit. Oliver Schraft, es mag sein, dass er nicht mehr so viel macht wie zu Zeiten, als die Datenaffäre noch nicht publik war, aber wir hören es an allen Ecken und Enden, dass der mehr oder weniger im Homeoffice, ist ja egal wo, sitzt und von da aus weiter die Strippen zieht bei diversen Themen. Und auch, dass das hier an die Presse ging, da hört man an allen Ecken und Enden, dass es der Schraft war, der den Urbiner anruft und auch dafür gesorgt hat, dass der SWR damit einsteigt. Es mag ja inhaltlich stimmen, dass zwischen Vogt und Hitzesberger Probleme auftreten, aber was mich nervt, sind die Artikel, wie die verfasst werden. Das sind ja keine journalistischen Artikel, das sind ja Artikel, die sich eindeutig in der Art und Weise, wie sie eben Sätze formulieren, sich auf eine Seite stellen und versuchen, hier Klaus Vogt schlecht zu machen. Also da fällt mir nichts anderes mehr dazu ein. Du liest zum Beispiel von Vorwürfen, Vogt mischt sich immer wieder ins operative Geschäft ein und wünscht sich grundsätzlich mehr Mitspracherecht. Wo ich mir denke, okay, wo ist das jetzt der Fall? Ein Thema, das hier aufgeploppt ist, war Materazzos Vertragsverlängerung im Mai. Da denke ich mir so, ja, no shit, Alter, natürlich muss er ja die Fresse aufmachen. Du kommst da mit dem Wunsch einer Vertragsverlängerung um die Ecke zu einem Zeitpunkt, wo Corona losgeht, wo du deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst, wo Leute Angst haben müssen, also Mitarbeiter des VfB Stuttgart und Mitarbeiterinnen, dass sie ihren Job verlieren, wo ein Trainer bislang absolut nicht abliefert, denselben Punkteschnitt wie Tim Walter vorzuweisen hat, von dem wir bis heute nicht wissen, warum der eigentlich seine Position verloren hat. Ja, da wird auch nur drüber spekuliert, eine Aufarbeitung gab es da, vielleicht intern, aber wurde zumindest dann auch nicht so richtig diskutiert mit den Fans, beziehungsweise es gab da irgendwie nie so mal so ein Statement, dass man verstanden haben könnte, so durch die Blume, okay, es lief nicht zwischen Tim Walter und der Mannschaft oder was weiß ich, das kann man ja irgendwie verklausulieren und dann weiß es jeder. Das gab es alles nicht, das haben wir alles so hingenommen, scheiß drauf, Trainer weg, wen juckt's. Und dann kommt Materazzos, äh, kommt Missentat um die Ecke und sagt so, mit Materazzos verlangen wir mal im Mai, um ein Zeichen an die Mannschaft zu setzen, wo ich mir denke, okay, wer trägt denn die Kosten, wenn's schief geht? Wer muss den Scheiß auslöfeln am Ende? Es ist der VfB, weil Missentat wäre unter Umständen auch weg gewesen, wenn das mit Materazzos jetzt nicht funktioniert hätte, so wie er sich das vorstellt. Und deshalb Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender sagt, ey, hold on, lass mich erstmal drauf gucken, ob das überhaupt Sinn macht, können wir das aktuell den Mitgliedern überhaupt verkaufen? In der aktuellen Situation, den Fans, ja, wo alle, wie gesagt, davor Angst haben, was die Zukunft mit sich bringt, können wir da so eine Vertragsverlängerung nur als taktischen Grund, äh, können wir das überhaupt den Leuten verkaufen? Ja, nee, kannst du eigentlich nicht, aber man hat's gemacht und Missentat hat Melveninger aufs richtige Pferd gesetzt in dem Moment, aber es war nichts anderes als ein Gamble. Das war Fakt, also das hätte genauso gut schief gehen können. Und dann erdreistet sich der SWR, einen Satz zu schreiben, in dem steht, Vogt im Erfolgsfall schnell mit einem Social-Media-Post am Start verzichtete damals auf einen Kommentar zur Verlängerung, also von Materazzo. Ja, ich kann's auch verstehen, weil er es wahrscheinlich als falsch angesehen hat, mit Materazzo zu verlängern. Und es ist ja okay, dass man sich dann vielleicht im Aufsichtsrat anders geeinigt hat, dass Vogt dann ein Problem mit hatte, kann ich gut nachvollziehen, ja, find ich nicht schlimm. Und, ähm, wenn er sich dann der Entscheidung unterordnet, ja, da muss er trotzdem keinen Post irgendwie auf Social Media abschließen. Ja, natürlich, genau. Geht's jetzt darum, oder was, dass er auf Twitter irgendwas schreibt? Wenn's darum geht, ja, dann, äh, dann wird in Zukunft, keine Ahnung, äh, 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 Sirius auf Twitter, der zum Präsidenten gewählt, der meldet sich zu jedem Thema. Wollt ihr das, dass jeder irgendwas zu irgendeinem Thema schreibt? Also, ich weiß nicht, ob darauf, ob man darauf jetzt Wert legen muss. Da geb ich einen Fick drauf, sag ich dir so, wie's ist. Das nächste war dann mit Misslintatsvertragsverlängerung, wo dann auch so, äh, ja, der Vogt würde das blockieren. Alles, was der Vogt macht, und da bin ich mir sicher, der macht das aus einem Grund, um das Bestmögliche für den Verein hinzubekommen. Und Klaus Vogt weiß natürlich auch, aktuell, Corona, jetzt kommt Sven Misslintat, möchte natürlich auch eine Gehaltserhöhung, was ja ihm auch zusteht, hätte gute Arbeit geleistet. Aber vielleicht kann man das mit Prämien lösen oder dergleichen. Und nicht mit einem Festgehalt oder so. Was dem VfB auch wieder in Schwierigkeiten bringen kann, vor allem, wenn dann vielleicht Sven Misslintat seinen Job verliert, oder, weißte, gucken, was so passiert. Also, was es mir geht, ist, dass ein Aufsichtsratvorsitzender nicht mitspricht, welcher Spieler verpflichtet wird, oder welcher Trainer verpflichtet wird, aber durchaus ein Mitspracherecht hat, ob Sven Misslintat, zu welchen Konditionen verlängert wird. Und er kann auch definitiv dann mal die Frage stellen, ob es Sinn macht, in Corona-Zeiten im Mai einfach mal einen Trainer mit einem neuen Vertrag und mehr Geld auszustatten, der bis dahin einfach nicht nachgewiesen hat, dass er den VfB voranbringt. Ja, das wussten wir doch nicht, wie sich das alles entwickelt. Hätte der Castro nicht durch Zufall einmal da irgendwie einen zweiten Gang gefunden, dann wäre das Spiel gegen einen Hamburger SV verloren gegangen oder so. Und dann würden wir jetzt dastehen. Dann die Diskussion mit dem Trainervorschlag nach der Weiterentlassung. Da schreibt der SWR, halte ich fest, Sebastian, nur wenige Tage nach der Trennung von Coach Tim Walter fühlte sich der... Und ich sag's nochmal, das ist ein journalistischer Artikel, kein Blogartikel. Und der SWR schreibt, nur wenige Tage nach der Trennung von Coach Tim Walter fühlte sich der 51-jährige Beruf hin, eigene unabgesprochene Vorschläge für die Nachfolge zu machen. Mit wem soll er denn die Vorschläge absprechen? Zu wem soll er denn gehen? Wenn ich einen Vorschlag mache, wenn ich zu dir komme und sage, hey Sebastian, ich würde es gut finden, wenn wir in Zukunft statt mit einer Katze mit einem Schwein im Zimmer senden, dann habe ich den Vorschlag auch vorher mit keinem abgesprochen, sondern ich erzähle dir, was ich mir gerade vorstelle. Und wenn ein Klaus Vogt kommt, der mit Sicherheit auch kein schlechtes Netzwerk hat durch seine Playfair-Geschichte und zum Beispiel sagt, nur mal ein dummer Gedanke, ja, hey, der Daniel Thun, ich sag's jetzt einfach mal, der Daniel Thun, den könnten wir von Osnabrück loseisen. Was haltet ihr von dem? Wo ist das Problem? Darf er das denn nicht sagen? Ist das echt für euch ein Problem? Seid ihr echt, also so kindisch drauf, dass ihr noch nicht mal einen Vorschlag zulasst? Ja, also ich kann mir einfach bei Klaus Vogt nicht vorstellen, dass der hingeht zu Missend hat und sagt, Sven, pass auf, wenn's der Thun nicht wird, dann ist hier aber was los. Das würde der in 100 Jahren nicht machen. Und dass ein journalistisches Produkt sich erdreistet, so eine Scheiße zu schreiben, ja, das kotzt mich einfach nur noch an. Und dann, Sebastian, du darfst gleich darauf antworten, und es ist besser, wenn ich da mal das Maul halte. Der Moisides schreibt in seinem Artikel, der Clubchef, dessen Kompetenzen als Seiteneinsteiger im Amt von Teilen des Aufsichtsrats seit jeher belächelt wird, wünscht sich mehr Einblick in und Mitsprache bei den sportlichen Abläufen. Wo ich mir denke, hold on. Was bitte? Der Aufsichtsrat belächelt Klaus Vogt? Port? Ja, also über Port lacht ganz Daimler, weil er den Anschluss im Transportwesen total verpennt hat und eine gut laufende Sparte von Daimler fast schon ruiniert hat. Also was hat denn der bitte schön für sportliche Kompetenzen? Weil er morgens joggen geht oder was? Weiß er jetzt, welche Spiele er verpflichten soll? Geiser. Was macht denn Geiser? Wo hat denn Geiser bitte sportliche Kompetenzen? Wenn Geiser nicht Dietrichs Buddy wäre, dann würde der heute noch in Freudenstadt irgendwo bei einer Bank arbeiten oder sonst irgendwas. Jenner, Rainer, Suck, was haben die für sportliche Kompetenzen? Der Einzige, der sportliche Kompetenzen vorzuweisen hat, ist Odiger und den kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil er sich immer vor den Karren spannen lassen hat von den anderen Vögeln. So, und dann kommt Adrien, der von Vogt da reingedrückt wurde in Aufsichtsrat, ja, und ich kann mir kaum vorstellen, dass der sich über Klaus Vogt lustig macht. Ja, also die sich da offensichtlich über die Kompetenzen des Seiteneinsteigers lustig machen. Das sind selbst alle Seiteneinsteiger. Die können genauso die Fresse halten. Was soll denn der Scheiß? Also ich verstehe es wirklich nicht. Reden wir hier gerade wirklich über die Elefantengruppe aus irgendeinem Kindergarten oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da drauf reagiert wird, wie wenn ein Aussässiger plötzlich da in ein Aufsichtsrat kommt und man mobbt den mehr oder weniger raus. Was soll denn der Scheißdreck? Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe echt so was von die Schnauze voll von diesem Verein. Diese ständigen Diskussionen, sinnlose Diskussionen über absolut bescheuerte, egoistische Themen, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, was ist denn für den Verein am besten. Wenn ich von außen drauf gucke, sehe ich Klaus Vogt, der den Verein in bester Weise repräsentiert. Und ich sehe nirgends, wie er ähnlich wie Dietrich ständig ins operative Geschäft eingreift. Nur weil er einen Vorschlag unterbreitet oder nur weil er bei einer Vertragsverlängerung nicht der gleichen Meinung ist wie Thomas Hitzesberger, ist das für mich noch lange kein Grund, hier irgendwie das große Besteck rauszuholen. Mir geht das einfach auf den Sack. Echt, da sind Egoisten am Werk, die einfach ihr Ding durchdrücken wollen und ihren aktuellen Posten zementieren wollen und nichts anderes zulassen. Das ist, also Entschuldigung. Ja ne, ich unterschreibe das komplett, was du gerade gesagt hast. Und ich finde die Berichterstattung auch erstaunlich. Und es scheint sich ja tatsächlich so komplett eingeschliffen zu haben, was unter Ära Dietrich beim VfB stattgefunden hat. Also, dass auch dann George Moisides schreibt, also Seiteneinsteiger. Alle sind Seiteneinsteiger. Warum soll denn den Port als, was ist da, Vorstand, Personal und Transport irgendwas, warum soll der denn Ahnung vom Fußball haben? Also, warum sollen Jenner, der sich um Hochdruck, Reiniger kümmert, Ahnung vom Fußball haben? Niemand hatte Ahnung vom Fußball, alle sind Seiteneinsteiger. Also, und auch, wo stand es, ich glaube dann im Artikel vom Carlos Ubina, dass die Schwergewichte im Aufsichtsrat das Leichtgewicht Vogt belächeln. Ja, da kann man sagen, okay, ihr habt alle jeweils nur eine Stimme, aber der Präsident des EVs, der vertritt halt einfach 88 Prozent der Anteile. Und ihr alle zusammen 12 Prozent oder 11,25 Prozent, ja. Und der ist kein Leichtgewicht. Und dass die Presse das dann wirklich so mitschleppt, ach, das finde ich schon erstaunlich. Und wie du sagst, also, das ist halt wirklich so ein bisschen Kindergarten. Und wenn ich dann sage, meiner Frau davon erzähle, beim VfB, da ist gerade wieder High Life und hier und da, und dann sagt die mir auch, aber warum eigentlich? Also, können die sich nicht an einen Tisch setzen und miteinander reden? Alles erwachsene Menschen, alle haben irgendwie Jobs mit einer gewissen Verantwortung. Und der VfB steht eigentlich so gut da, wie seit Jahren nicht. Und gegen Ende des Jahres kommt dann wieder echt so ein Scheiß halt nach oben, ja. Wo du denkst, ey, das muss doch nicht sein. Und auf der anderen Seite, wir haben, glaube ich, alle Klaus Vogt im letzten Dezember gewählt, damit er in diesen gewachsenen Strukturen mal so ein bisschen Unordnung reinbringt. Genau das macht er jetzt. Und genau deswegen haben wir jetzt die Situation, die wir jetzt gerade erleben. Und insofern haben wir als Mitglieder vielleicht auch alles richtig gemacht. Und, boah, also ich finde es gerade, es ist echt sehr, sehr schwierig, gerade das zu beurteilen. Und das ist alles auch kein Zufall, dass es genau jetzt passiert. Also es klappt ja wohl kein Mensch. Und ich, dass es zufälligerweise am 18.12., ja, wenn die, wenn die, äh, wenn die Frist zur Bewerbung endet, zum Präsidentschaftsposten, dass dann auf einmal der Urbina mit dem Artikel um die Ecke kommt. Da muss ich auch mal was sagen. Das ging mir auch so auf den Sack, ja. Da war die Bild-Zeitung, diesen schwachsinnigen Artikel von der Bild-Zeitung, wo sie den Schuhmacher dafür feiern, wie, toll, endlich sagt's mal einer von dem Stück der Zeitung. Mensch, super, wie er das macht. Denke ich mir, Alter, die erzählen uns seit Jahren irgendeinen Bullshit und betreiben da wirklich Gefälligkeitsjournalismus für die Mercedes-Straße. Und jetzt nimmt einer einen Artikel auseinander, den wahrscheinlich ein Fünftklässler genauso gut auseinandernehmen konnte, weil da nur Bullshit drin stand und überhaupt nichts gepasst hat. Und auf einmal soll ich den feiern? No shit? Nee, vergiss es. Und der wusste zu dem Zeitpunkt 100 pro, dass der Urbina an einem ähnlichen Artikel sitzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nicht wusste. So, und warum werde ich da feinfühlig? Weil der Urbina im Artikel dann auch anfängt vorzuwerfen, er würde sein Frauenfußballprojekt nicht voranbringen. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Fakt, dass am 17.12. der VfB vermeldet hat, dass man einen Kooperationspartner aus der Region für Mädchen- und Frauenfußball sucht. Nicht mal diesen Fakt hat er angepasst. Klaus Vogt, mach doch was. Aber wie willst du denn mitten in Corona-Zeit, wo Vereine wirklich kurz davor sind, vor die Hunde zu gehen, wie willst du denn dann mal einfach so einen anderen Verein ansprechen? Wie sieht es eigentlich aus? Wir wollen ja was mit Frauenfußball machen. Da gibt es andere Themen, die viel wichtiger sind in dem Moment. Es ist auch schon schwierig, Gespräche zu führen in diesen Zeiten, wo du dich noch nicht mal richtig treffen darfst. Ich sage nicht, dass es nicht möglich wäre, aber dass Frauenfußball nicht am, keine Ahnung, wann ist das Amt gewählt worden? Am 15.12. meine ich, ja? Dass es am 15.1. durch ist, ist doch wohl auch klar. Und wo waren denn eure Aufschreie zum Thema Frauenfußball, als es vor zehn Jahren nicht umgesetzt werden konnte? Als es eine Beschreibung gab von Sindelfingen, sich vielleicht mit dem VfB zusammen zu tun? Da habe ich keinen Artikel gelesen, wo sowas verurteilt wurde. Man sucht sich hier gezielt Dinge, die man ihm vorwirft, die man eigentlich gar nicht vorwerfen kann. Und das ist kein Journalismus. Journalismus hat dann auch was Einordnendes. Da kann man nämlich eine Antwort zuliefern. Da bin ich beim nächsten Punkt. Wenn ich Journalist wäre, dann wäre das Erste, was ich mache, wenn ich solche Vorwürfe in die Welt setze, mit demjenigen zu sprechen, dem ich diese Vorwürfe unterstelle. Dann frage ich den an, hey, was sagst du da und dazu? Nirgendwo stand nur ein fucking Satz von Klaus Vogt, der selbst mit der Vielberg spricht. Der Vielberg würde ich nicht mehr auf WhatsApp eine Nachricht schicken. Und Klaus Vogt hat sich hingesetzt und hat mit ihr gesprochen. Dass da die Hälfte natürlich verdreht wurde und weggelassen wurde, ist ein anderes Thema. Aber das wird nirgendwo aufgegriffen. Warum auch? Interessiert ja keinen. Und SWR oder auch Möhring, die haben sich nicht die Mühe gemacht, mit Klaus Vogt darüber zu sprechen. Und wie gesagt, wir reden hier noch nicht über die tatsächlich bestehenden internen Probleme. Das ist nochmal was anderes. Aber ich will einfach, dass der Fakt, dass die Presse hier eindeutig sich auf eine Seite stellt, den möchte ich einfach nicht so einfach übergehen. Das ist für mich wichtig. Also, mir fällt da fast nichts mehr ein. Dann gibt es ja auch noch diese Unterstellung, ja, der Vogt, der lässt den Mutschler einfach weitermachen. Ja, obwohl der Mutschler ja eigentlich zum Beispiel in Sachen Datenaffäre, ähm, Mutschler muss zumindest sagen, okay, solange die Aufklärung läuft, äh, solange kann ich mein Amt hier im Präsidium und auch im NLZ, muss man sagen, nicht mehr weiterführen. Das ist ja, das, Dann siehst du auf einmal den Mutschler, der bei der AG beschäftigt ist, ja, aber mit dem e.V. gegen die AG ermitteln soll. Wie soll denn sowas funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Der muss einfach aktuell die Ämter ruhen lassen. Es gibt gar keine andere Wahl. Und das kannst du aber Vogt nicht vorwerfen, weil Vogt überhaupt nicht die Möglichkeit hat, Mutschler auf Eis zu legen. Dazu brauchen nämlich auch Geyser. Und Geyser blockiert diesen Vorgang. Geyser möchte nicht, dass Mutschler, äh, ähm, dass Mutschler, äh, äh, abgeschasst wird, beziehungsweise, weil Geyser natürlich dann auch dem einen oder anderen aus dem Aufsichtsrat, sag mal, einen Gefälligkeitsdienst erweisen möchte. Und das sind keine Dinge, die ich mir gerade ausdenke. Das sind Dinge, die werden uns erzählt. Warum werden die uns denn erzählt? Frag ich mich natürlich auch. Da kommt dann auch immer die Frage, ja, ihr müsst ja euch überlegen, was wollen die damit bezwecken. Von den Leuten, von denen ich solche Sachen höre, hab ich eher das Gefühl, dass die wollen, dass es dem VfB in Zukunft besser geht. Dass die Leute wissen, wie, was da hinter den, äh, äh, Kulissen abläuft. Und, äh, also, wenn du das hörst, und wir erzählen lange noch nicht alles, ja, aber wenn du das so mit, ich, jetzt erzähl ich mal was. Was denn schon, nee, jetzt erzähl ich mir was. Wie, ich, mit dem VfB, wie, also, Thema Olli Schraff, jetzt, also, ich, ich hab Olli Schraff kennengelernt bei VfB im Dialog zusammen mit Ron Merz, den kennt ihr, Brustring 1893. Da bin ich auf, äh, Olli Schraff. Ja, genau, und Nachspielzeit, ne? Nachspielzeit, richtig. Abonniert die Nachspielzeit, ja. Bin ich auf Olli Schraff zugegangen und hab ihm den Vorschlag unterbreitet, ob's möglich wäre für, ähm, die Social-Media-Leute, sag ich jetzt einfach mal, die so auf Twitter unterwegs sind, Blogs haben oder von mir aus auch einen Podcast. Scheiß drauf, mir ging's nicht konkret um mich oder um Ron. Mir ging's einfach darum, wäre es vielleicht möglich, ähnlich wie zum Beispiel bei Fanclubs, äh, bei diesen VfB im Dialog-Veranstaltungen einen Platz freizuhalten, sodass man von Seiten der Twitter-User nicht darauf hoffen muss, dass irgendjemand ausgelost wird und zu VfB im Dialog darf, äh, sondern dass man sozusagen einen festen Platz hat und da kann man dann Leute hinschicken, die an dem Tag grad Zeit haben oder einen hinschicken. Da hat Olli Schraff mich ausgelacht, wie sonst, weiß ich nicht, mein Vater mich ausgelacht hat, wenn ich irgendwie als kleines Kind, äh, statt, äh, einen Kopfsprung irgendwie einen Bauchklatscher gemacht hab. So hat er mich ausgelacht. Man hat sich richtig scheiße gefühlt, ja. Äh, dann hat man sich anschließend noch mal ein bisschen ausführlicher unterhalten, hat festgestellt, okay, so schlecht ist ja offensichtlich, äh, der Gesprächspartner gar nicht. Das galt übrigens für beide Seiten. Und man hat so, äh, sich zu einem Treffen verabredet und das war auch ganz in Ordnung und war auch ganz gut. So, dann haben wir, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, uns darüber unterhalten, ähm, wie die Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld zum Derby gegen den KSC zu werten sind. Da gab's ja das, dass die Karlsruhe-Fans keine Doppelhalter mitnehmen durften. Im Endeffekt sollten sie sich einfach nur da hinstellen und die Fresse halten. Und ich glaube, der Heim war's, der davon sprach, dass es ein emotionsvolles Derby wird und er freut sich drauf auf Derby-Stimmung und so. Und wir haben uns darüber so ein bisschen lustig gemacht, dass du eigentlich genau diese Derby-Stimmung mit deinen merkwürdigen Maßnahmen komplett killst. Äh, einen Tag später ruft mich der Schraft an und macht mich zur Sau, was ich da erzählen würde und ich muss mich doch mal informieren, da hätte ich mal bei meinem Verein anrufen müssen und, äh, Informationen an, wo ich mir denke, sag mal, arbeitet ihr wirklich so? Ihr ruft also dann wahrscheinlich auch in Möhringen an, wenn euch irgendwas nicht passt und beschwert euch darüber, dass Journalist XY irgendwelche Meldungen raushaut. Wo gibt's denn sowas? Und ich sag euch, wo es das gibt. Offensichtlich beim VfB Stuttgart. Und genauso funktioniert das hier auch mit den Artikeln. Da wird irgendjemand angeschrieben, der Urbina, der danach behauptet, der hätte alles super recherchiert. Dabei, äh, die Recherche war, der Anruf von Oliver Schraft. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist auch das, was man auch von unterschiedlichen Quellen hört. Und in meinem Fall von drei unterschiedlichen Quellen, die sich nicht kennen. Ich weiß nicht, Sebastian, du hast mindestens auch von zwei unterschiedlichen Quellen genau das gleiche gehört. Wir haben uns darüber ja im Vorfeld unterhalten. Ja, ja, ja. Nee, man kann's ja mal so offen sagen, wie's ist. Ist doch mir scheißegal. Man kann's doch mal einfach so offen sagen, wie's ist. Es sind halt einfach Fakten, die beim VfB hinter Schloss und Riegel so stattfinden. Da wird ständig manipuliert und auf Presse eingewirkt und auch der Versuch unternommen, auf Podcasts und Blogs einzuwirken. Da geh ich jetzt noch nicht mal ins Detail. Aber das geht mir einfach auf den Sack. Und das Thema Mutschler, um darauf wieder zurückzukommen, ja, es liegt halt an Mutschler, zu sagen, okay, ich seh's ein, dass ich hier momentan vielleicht nicht den besten Posten habe. Und eigentlich müsste da was kommen. Und es müsste auch was von der AG kommen, dass man sagt, okay, NLZ, lass mal einfach mal ruhen. Das passt momentan nicht so richtig zusammen. Du kannst, und das muss man, wie gesagt, noch mal unterstreichen, du kannst nicht aktuell als Präsidiumsmitglied mehr oder weniger gegen die AG ermitteln, weil nichts anderes ist das ja, was gerade stattfindet. Also die Datenschutzermittlungen gehen ja in diese Richtung. Sprich, die AG ermittelt gegen, nee, andersrum, der EV ermittelt gegen die AG. Sebastian Rettel. Genau, das muss man so festhalten, weil das erste Datum dieser Datenweitergabe war ja vor der Ausgliederung. Und da gab's ja quasi nur den EV. Und viele Beteiligte, die damals für den EV tätig waren, sind jetzt in der AG. Und der EV muss ja jetzt prüfen, okay, wer hat damals irgendwie Daten weitergegeben. Und insofern ermittelt ja quasi faktisch der EV mit Hilfe von ESECON gegen die AG. Und ja, die Personalie Rainer Hutschler, er sitzt im Präsidium des EVs, also ist eigentlich an oberster Stelle, wenn's darum geht, mit Hilfe eines Dienstleisters, also ESECON, zu ermitteln gegen einen Beklagten, also die VfB AG. Aber gleichzeitig hat er ja einen Posten im NLZ in der AG. Also ermittelt er gegen sich selber. Und wer da jetzt keinen Interessenkonflikt entdeckt, boah, der muss relativ blind sein. Und natürlich kann man jetzt sagen, Rainer Hutschler lässt seinen Präsidiumsposten jetzt einfach ruhen. Das wär total easy. Aber beim VfB ist halt nichts easy. Und deswegen lässt er seinen Präsidiumsposten nicht ruhen. Und jeder muss sich halt selbst irgendwie ein Bild davon bilden. Ja, und da kann man natürlich auch, wie Thomas Hitzesberger sagen, es gilt hier immer noch die Unschuldsvermutung. Das hat jetzt nichts mit Mutschler zu tun, sondern das hat er ja in Bezug auf Schrafft gesagt. Allerdings, sowohl bei Mutschler als auch Schrafft geht es für mich jetzt gar nicht so sehr um juristische Schuld, sondern auch um moralische Fragen. Ja, das ist ja das gleiche Ding wie damals bei Wolfgang Dietrich. Also juristisch ist das natürlich völlig okay, wenn der VfB in der Relegation gegen Union Berlin verliert und der Sohn von Wolfgang Dietrich damit richtig Asche macht. Ja, das ist juristisch okay. Aber ich als Mitglied möchte keinen Präsidenten haben, dessen Sohn an einer Niederlage vom VfB verdient. Will ich nicht, ja. Also das ist echt eine moralische Instanz und keine juristische. Und das wiegt für mich als Mitglied fast noch schwerwiegender als die rein juristische Geschichte. Ja, absolut, absolut. Das ist irgendeine finanzielle Strafe, da lachen wir dann irgendwie alle drüber. Also das wird ja keine gravierende Strafe sein für den VfB-Stückhalt. Aber moralisch ist das aktuell nicht mehr tragbar, was da in diese Richtung abgeht. Und auch hier hat sich natürlich Urbina nicht erdreistet, nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat gesagt, ja Mensch, das mit der Aufarbeitung des Datenskandals, das dauert alles so lange. Das kennen wir noch aus der Bildzeit und das dumme Gelaber, wo ich mir denke, ja, dann dauert es halt lang. Wen juckt es denn? Ich will, dass das ordentlich aufgeklärt wird. Und wenn das nächstes Jahr im Mai aufgeklärt wird, dann ist es halt erst dann soweit. Mein Gott. Und dazu ist es auch noch teuer. Ja, no shit. Aber der Grund, dass es dazu überhaupt kommen musste, das liegt nicht bei Klaus Vogt. Er sorgt dafür, dass das ordentlich aufgearbeitet wird und nicht mit einer Kanzlei, die irgendwie Verbindungen hat zum Das war nämlich die Idee von anderen Leuten aus dem Verein. Die wollten nicht mit ESECON zusammenarbeiten. Vogt hat gesagt, ey nee, das machen wir ordentlich oder gar nicht. So, das ging von Vogt aus und sonst von keinem. Und da kann man sich auch mal fragen, warum? Warum eigentlich? Warum haben die anderen nicht das gleiche Interesse, das aufzuarbeiten, wie zum Beispiel Klaus Vogt? Ich kann es euch sagen, weil es genügend Leute gibt, die zumindest davon gewusst haben müssen, was damals abgelaufen ist und durchaus Angst haben, was jetzt die ESECON so ermittelt. Und auch da, ey, da gibt es auch schon Gerüchte, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine zweite Kanzlei beauftragt werden soll, die dann nochmal ermittelt und irgendwie am besten ein ***. Du denkst, wer handelt denn eigentlich überhaupt noch im Sinne des Vereins? Und von außen betrachtet, sehe ich nur einen. Und das ist Klaus Vogt. Und deswegen nehme ich den auch in Schutz. Ich sage nicht, dass zum Beispiel Thomas Hitzesberger gegen den Verein handelt oder so, aber mit so Aussagen, wie dass er Schraft, wie hat er das gesagt, brutal unterstützen wird oder verteidigt, wie hat er das gesagt, weißt du es noch? Ja, irgendwas mit brutal auf jeden Fall. Die Headline habe ich mir auch gemerkt. Ja, da denke ich mir so, nein, nein, der Mann hat uns als Mitglieder hat er verarscht. Und zwar nicht nur durch diese E-Mail-Geschichte, sondern auch davor schon. Mutschler genauso. Ja, aber auch da hat man es wieder clever gemacht. Vom Vereinsbeirat aus gesehen, ja, als Mutschler und Geiser zur Wahl gestellt wurden, nicht Geiser, Gast zur Wahl gestellt wurden, da hat man sich überlegt, wer hat noch weniger Charisma als Bernd Geiser. Ja, also, da hat man Werner Gast genommen, natürlich gewinnt der Rainer Mutschler. Ja, also, was weiß ich, eine umgedrehte Milturner hätte gegen Werner Gast gewonnen, weil der so uncharismatisch ist. Und das ist doch kein Zufall, dass man da solche Leute auswählt. Da kann man natürlich auch sagen, ja, da gab es keine anderen Bewerber und das weiß ich. Ja, da muss halt der Vereinsbeirat andere Leute ansprechen. Also, es ist ja fast schon, ich möchte sagen, peinlich gewesen, wie knapp das für Mutschler am Ende dann zum Präsidiumsposten erreicht hat. Und das sind alles so Verstrickungen, natürlich, da müsste man jetzt hier zwei Stunden drüber reden und bräuchte vielleicht auch noch den ein oder anderen Gast, der hier nicht im Podcast direkt dann reden wollen würde. Andere, die wollen... Mit verstellter Stimme vielleicht, oder? Das wäre noch gut. Andere würden sehr gerne hier im Podcast darüber sprechen. Dann ist es halt heute die letzte Sendung. Ist mir auch scheißegal. Ist mir dann echt egal. Mir geht es wirklich nur noch um den... Ich möchte auch einfach nur, dass dieser Verein ein Stück weit zur Vernunft kommt und dass die Leute endlich mal das im Vordergrund stellen und was es eigentlich gehen sollte. Den Verein, den VfB Stuttgart, der muss in, sag ich mal, in eine Richtung gelenkt werden, dass der auch die nächsten Jahre weiterhin Bundesliga spielen kann, dass der intern gut aufgestellt wird, dass die anderen Sparten endlich mal, ich sag mal, eher in den Fokus rücken und dass er sich gesellschaftspolitisch auch seiner Antwortung bewusst wird. Der komplette Verein. Auch das wäre mir wichtig. Man kann ja auch mal als Vorbild vorangehen. Das geht doch so nicht. Man hat doch da auch eine Verantwortung. Ja, nee, was du sagst. Und tatsächlich ist für mich dann aus VfB-Sicht auch der sportliche Erfolg nicht das absolute Maß. Also wenn man mir jetzt sagt, hey, ihr steigt wieder ab und ihr spielt irgendwie eine gute Zweitligasaison, aber dafür habt ihr irgendwie eine florierende Frauenfußballmannschaft. Ich glaube, ich würde es unterschreiben tatsächlich. Also mir geht es nicht primär um den sportlichen Erfolg. Ich möchte einen Verein haben, einen VfB haben, wo ich den Präsidenten cool finde, wo ich den Vorstandsvorsitzenden cool finde, wo ich den ganzen Verein cool finde. Ich möchte doch nicht irgendwie um des sportlichen Erfolgs willen alles andere irgendwie opfern. Also es geht ja um den Verein als Ganzes. Und da müssen wir irgendwie ja, eine gesunde Balance finden, ein gesundes Maß finden, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich finde es halt wirklich verheerend, ja, dass der VfB nicht nur sportlich, sondern auch in der Außendarstellung so gut dasteht, wie eigentlich seit Jahren nicht. Und dann hast du da irgendwie so einen Schweelbrand, ja, der immer größer wird. Und du merkst, hey, intern stimmt es überhaupt nicht. Und dann denkst du dir, ihr braucht doch einander, ja. Also rafft euch doch mal, setzt euch zusammen. Und ich glaube, dass die handelnden Personen, die aktuell am Ruder sind, die können es auch zusammenschaffen. Da muss man wirklich mal alle Eitelkeiten vielleicht beiseite legen. Aber ich glaube, nur so geht es, ja. Und ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man jetzt auch merkt in sozialen Medien, da gibt es jetzt Team Hitzlsperger und Team Vogt. Und da denke ich, nee, also ich bin nicht Team Hitzlsperger und ich bin nicht Team Vogt. Ich bin Team VfB. Mir sind Hitzlsperger egal. Also mir ist Hitzlsperger, mir ist auch Vogt egal. Also ich will, dass der VfB möglichst gut dasteht. Und wer auch immer das ist, ja, also rafft euch mal, reißt euch zusammen und versucht mal das Beste für einen Verein und für eine AG zu finden, die halt einfach seit 125 Jahren besteht. Und da sind halt kurze Amtszeiten völlig irrelevant, ja. Es geht einfach um den VfB und nicht um irgendwelche Lager. Du sagst es. Und ich wünsche mir, ich könnte es so ausdrücken wie du. Ich bin leider viel zu impulsiv, aber das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass man irgendwann gar nicht mehr rational mit diesen Themen umgehen kann, weil es sich immer wiederholt und immer wenn man denkt, jetzt ist man auf dem richtigen Weg, dann kommt wieder so eine Scheiße um die Ecke und du denkst dir, warum, warum gebe ich mir, warum verschwende ich so viel Zeit jeden Tag mit diesem Verein? Ja und dann noch Ende des Jahres, in drei Tagen, in drei Tagen ist Weihnachten oder so. Wir hätten echt Besseres zu tun. So sieht es aus. Zum Glück gibt es dieses Jahr keine richtige Winterpause, in der wir uns irgendwie runterfahren könnten, die jetzt vom VfB dann irgendwie geblockt wird. Also insofern geht es halt nonstop durch, aber trotzdem, also es ist schwierig. Und ich möchte nochmal ganz eigentlich hier eins klarstellen, ich bin absolut dafür, dass Klaus Vogt in Sachen operatives Geschäft nicht reinquatscht und ich bin mir sehr sicher, dass Klaus Vogt das genau wusste. Er wusste, dass nach Dietrich eher ein repräsentativer Präsident gefragt ist, aber trotzdem jemand, der im Verein was verändern möchte und zwar Dinge, die wichtig sind, politische Statements, die man setzt. Wie gesagt, das Öffnen hin zum Frauenfußball ist ein wichtiges Thema, geht aber nicht von heute auf morgen, schon gar nicht in der Region Stuttgart, wo es keine Plätze gibt, wo man auch vielleicht Dinge berücksichtigen muss, wie, also du kannst ja nicht einfach mal einen Verein gründen und dann bei allen anderen umliegenden Vereinen die guten Spieler wegholen. Ja, also auch da hat man ja eine Verantwortung als so eine große Mannschaft, als so ein großer Verein wie der VfB Stuttgart. Also Dinge müssen berücksichtigt werden und vor allen Dingen, wenn du jemandem sowas vorwirfst, gehört das halt auch in den Artikeln mit rein, dass es genau diese Probleme gibt bei der Lösung des Problems, hier irgendwie eine Frauenmannschaft an den Start zu bringen. All sowas erwarte ich zum einen von der Presse und das, was du gesagt hast bezüglich der zuständigen Person, die hier die Handelshoheit haben, da erwarte ich einfach, dass man sowas intern möglichst in kleinen Gruppen diskutiert und dann das auch intern lässt und das nicht der Erstbeste dann direkt beim Journalisten anruft, die, natürlich, die lecken sich die Finger, wenn einer anruft. Die haben ja sonst nichts, über was sie berichten können. Guck dir doch einfach mal die Artikel an von den diversen Zeitungen und Outlets, die es da so gibt. Das ist ja lächerlich teilweise. Die können dir ja nicht mal richtig erklären, wie Pettiglino Materazzo Fußball spielt und da sitzen drei Leute auf der Tribüne, wo man sich fragt, was machen die da den ganzen Nachmittag? Gucken die nur Fußball oder haben die auch eine Ahnung von dem, was sie da schreiben? Und das betrifft nicht alle. Ich verallgemeine natürlich hier in meiner Aussage, machen die aber genauso. Ja, da wird ja auch nicht differenziert über irgendwas berichtet, sondern da wird auch grundsätzlich alles über einen Kamm geschert und alles, geschoren heißt es wahrscheinlich. So. Ja, sorry. Also, ich merke schon, dass das, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber ich bin so frustriert, Sebastian, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin so, ich bin am Ende. Ich bin einfach am Ende. Dieser Verein hat mich geschafft. Ich habe auch keinen Bock mehr. Wir haben auch eigentlich alles besprochen, glaube ich, oder? Ja, genau. Also, ich wollte noch kurz abschließend sagen, also, wir haben es ja in der letzten Folge, vorletzten Folge schon mal gesagt, also, ein VfB-Fanjahr sind so viel wie sieben Fanjahre eines anderen Klubs. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und, also, mir persönlich zum Beispiel geht es gar nicht darum, dass Klaus Vogt wiedergewählt wird. Mir persönlich geht es darum, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, Klaus Vogt wiederzuwählen. Wenn der Vereinsbeirat einen Gegenkandidaten findet, von dem die Mitglieder sagen, hey, der ist besser als Klaus Vogt. Ja, klar, super. Ja, stellt ihn auf, dann wählen wir ihn, ja? Und dann ist Klaus Vogt abgewählt. Ist doch super. Aber meine große Furcht ist halt immer noch, dass Klaus Vogt nicht wieder aufgestellt wird. Jetzt haben wir ja heute gesehen, es gibt nur wenig Gegenkandidaten. Also, insofern ist die Option, dass er nicht aufgestellt wird, verschwindend gering. Aber wir haben ja auch schon besprochen, der Vereinsbeirat kann natürlich auch im Nachhinein noch Kandidaten nominieren. Und Mr. X, der vierte Kandidat, könnte auch ein Platzhalter sein. Also, mal gucken, was da noch kommt. Aber ja, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, am 18.3. eine MV zu haben, in der Klaus Vogt gegen einen Gegenkandidaten antreten muss. Und wenn der Gegenkandidat aus Sicht der Mehrheit der Mitglieder besser ist als der Amtsinhaber, gut, dann ist es halt so. Das ist Demokratie, dem muss man sich stellen. Aber ihn halt nicht aufzustellen, wäre halt, ja, ein grobes Foulspiel vom Vereinsbeirat. Und ja, ich glaube, es bleibt halt tatsächlich spannend. Und eigentlich hätten wir uns jetzt so eine richtig schöne, langweilige Mini-Winterpause gewünscht auf Platz sieben liegend. Also, weitaus besser als erwartet. Sportlich läuft es halt brutal gut. Die Mannschaft begeistert. Aber trotzdem ist halt irgendwie die Kacke am Dampfen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen VfB-DNA. Muss so sein. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin in der Aufnahme gesagt habe. Ich habe es auf jeden Fall heute schon mal gesagt. Ich möchte es auch sicherheitshalber nochmal wiederholen. Die Sorge, die ich halt habe, ist, dass Klaus Vogt, der für mich von allen Beteiligten am ehesten darauf bedacht ist, dem Verein, ich sage mal, zu dienen und das Bestmögliche zu erreichen, das ist jedenfalls der Eindruck, den ich bislang gewonnen habe, dass der sich jetzt sagt, hey, wenn meine Wiederwahl, wenn meine Aufstellung so ein Chaos auslöst, dann gehe ich lieber. Dann lasse ich lieber andere, das Ding hier übernehmen. Es bringt nichts, wenn der Verein ins Chaos gestürzt wird. Es läuft sportlich. Jetzt wird auf einmal thematisiert, was ich für Probleme haben soll mit Vogt, mit Hitzesberger. Da hört man auch, dass das nur ein absoluter Nebenkriegsschauplatz ist, der da aufgemacht wird. Eigentlich sind ja auch die Felder ganz klar abgesteckt. Da gibt es ja kaum Diskussionsbedarf letzten Endes. Jeder weiß im Endeffekt, was er machen kann und was er nicht machen kann. Wir haben uns immer gewünscht, dass der Präsident eben nicht so eine Macht hat, dass er in die AG eingreifen kann, sozusagen. Also das haben wir ja bei Dietrich, haben wir es ja verteufelt. Und genau das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Und an und für sich ist das ja eigentlich klar. Deswegen auch da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob es da wirklich so Probleme gibt zwischen Hitzesberger und Vogt. Ich habe ja andere Leute im Verdacht, die gezielt Informationen streuen und dazu beitragen, dass vielleicht Klaus Vogt nicht mehr zur Wahl aufgestellt wird oder selber zurückzieht, was auch immer. Und der eine oder andere schießt ja auch ganz bewusst gegen Thomas Hitzesberger. Warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich, Sebastian bin durch für heute. Ich weiß auch nicht. Genau, aber das wollte ich noch kurz sagen, also eine Amtsaufgabe von Klaus Vogt, das fände ich genauso falsch, wie die Leute sagen, wenn sie den Vogt nicht wieder aufstellen, dann trete ich aus aus dem Verein. Wo ich sage, nee, also wenn sie ihn nicht wieder aufstellen, dann tretet ein in den Verein und sagt alle, ihr müsst alle irgendwie Mitglied werden, damit wir irgendwas ändern können. Weil, wie gesagt, das wäre grobes Foulspiel, Tätlichkeit, anspucken aus naher Distanz, was auch immer. Also du musst ihn aufstellen, weil er ist halt wirklich beliebt. Egal, wer mit ihm Probleme hat, du musst ihn erneut aufstellen. Bring einen Kandidaten, der besser ist, wer auch immer das sein mag und dann lass die Mitglieder entscheiden, weil das haben sich die Mitglieder verdient und es dürfen nicht acht Leute darüber entscheiden, wer neuer VfB-Präsident wird. Ich gebe dir recht, aber ich sage dir auch, also das ist meine Meinung, wenn jetzt wirklich Klaus Voigt nicht aufgestellt wird und wir erleben dann irgendwas C gegen Kakao, was man ja so gerüchteweise ab und zu mal irgendwo hört, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, oder C gegen Friedi Mehler. Naja, gut, dann ist sowieso durch. Aber nee, ich meine jetzt wirklich, wenn C gegen Kakao oder sowas kommt und Klaus Voigt wird nicht aufgestellt, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock habe auf den ganzen Mist. Ja, natürlich, das ist ja die erste Reaktion, wo man sagt, hey, dann macht euren Scheiß einfach alleine. Aber das ist natürlich, nüchtern betrachtet, ich weiß, das fällt schwer, aber es ist nüchtern betrachtet, die komplett falsche Reaktion. Da muss man sagen, hey, wie könnt ihr nur, und da müssen wir ja gegensteuern. Aber ich muss abwägen, was tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Und ich merke ja, wie es mir nicht gut tut. Seit Freitag fühle ich mich scheiße. Es ist wirklich so, ich fühle mich einfach scheiße. Ich kann das komplett nachvollziehen. Weil es auch klar war, dass sowas kommt. Am Wochenende, am Wochenende, du lässt das Handy beiseite, du guckst in keine Twitter-Gruppe, du guckst in keine Telegram-Gruppe, du machst einfach mal VfB-frei. Den ganzen Samstag. Aber es klappt halt nicht und es zieht dich runter. Keine Frage. Und das war es auch noch nicht. Also wer jetzt glaubt, dass das Thema jetzt durch ist, nee, da sind die nächsten Artikel schon in der Pipeline, wie man so schön sagt. Und da kommt jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder was und das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Das ist nicht jetzt einfach so abgehakt. Und das Einzige, was jetzt zur Beruhigung beitragen kann, ist ein klares Statement, am besten von Vogt und Hitzesberger zusammen. Also ich weiß, dass es schwer ist, was ich jetzt hier fordere oder schwer umzusetzen ist, aber damit würdest du einer ganzen Flut an Artikeln sozusagen Wind aus den Segeln nehmen. Was weiß ich, was ich gerade erzähle. Ich bin durch zu passen. Ich habe keinen Bock mehr. Der Verein macht mich fertig. Ich bin an einem Punkt. Ganz ehrlich, ohne Podcast weiß ich nicht, ob ich noch Bock hätte auf diesen Scheiß. Ganz ehrlich, also der Podcast hält mich hier bei der Schlange. Das ist das Einzige, was mich aktuell beim VfB hält. Der Podcast und die Leute drumherum, die man auf Twitter kennenlernt, damals beim Becher fand und so. Das ist so schade, weil eigentlich gibt es, du hast es gesagt, so tolle Themen gerade, wie sich die Mannschaft entwickelt und so und wir reden über so ein Bullshit. Aber so ist es halt. Sebastian, ich danke dir, dass du dir den Blödsinn von mir hier angehört hast. Du, sehr gerne. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. In 48 Stunden. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao. So ein Schwachsinn, du wirklich.